My house, my house, take a trip to my house Wir kommen aber rein in die Leaks, dazu gleich später Bevor wir aber rein starten, gerne Liebe da Lasst ihr wisst Bescheid, Support East Come Out Ihr könnt meine Tächer unterstützen, also mit einem ganzen fetten Daumen nach oben Lasst also gerne Liebe da Dann wird das Video geteilt auf YouTube Und ihr könnt mir damit kostlos weiterhelfen Ihr könnt gerne auch kostenlos ein Abo dalassen Kostet euch gar nichts, auf dem Weg kriegst du 60.000 Abonnenten Dieses Jahr noch, das wäre auf jeden Fall Ehre Wenn wir das schaffen könnten, lasst also gerne auch kostenlos ein Abo da Falls ihr neu sein solltet und FIFA 23 Content Täglich hier sehen wollt Ja, außerdem haben wir am Start Once-to-Watch-Upgrades und auch Pass-to-Glory-Upgrades. Da bin ich aber überlegen, das vielleicht morgen Mittag in einem separaten Video zu machen. Lasst mich da gerne eure Meinung mal kurz zu wissen. Und damit würde ich sagen, starten wir rein in den Content. Eure Meinung ist ja auch gefragt. Ich werde euch meine Meinung jetzt hier erstmal mitteilen. Meine erste Eindruck sozusagen. Und ja, lasst mich wie gesagt gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. In diesem Sinne würde ich sagen, legen wir los. Heute am Start. Die FIFA World Cup Challenge sind egal. Goldspieler-Pack in klein, nicht das beste Pack. Ich werde es jetzt machen, weil ich einige Duplikate am Start habe. Und deshalb sieht der Squad, den ich abgebe, auch so aus. Es ist relativ simpel. Wir müssen gar nicht so high-rated Squad abgeben. Es ist ein 70er-Grader-Squad, 15 Team-Schmie. Das kriegt ihr also hin. Und bei mir, wie gesagt, jetzt sieht der Squad wie folgt aus, weil ich halt einige Duplikate habe und ebenso sie nicht abstoßen muss. Also eine kleine Puzzle-SPC, frisch und neu am Start. Heute Mittwoch heißt, wir haben auch wieder Silvester am Start. Dazu gehen wir gleich. Aber jetzt erstmal zu dem wichtigen oder zu dem Hauptthema des heutigen Videos, wenn wir denn so wollen. Und zwar dem Showdown-Karten. Markus Thüram und Luke Shaw waren schon einige Tage geleakt. Ich weiß gar nicht, warum ihr EA gegen die Leaks gar nichts macht. Finde ich sehr, sehr seltsam. Zwei Tage sind sie da. Und Markus Thüram kommt mit einem 83er-Grader-Squad und einem 85er-Grader-Squad um die Ecke. Sehr, sehr günstig, wie ich finde. Denn er sieht wie folgt aus. Das ist 4-Star, 3-Star. Mittel-Mittel, 1,92 Körpergröße. Kann LM, kann auch Mittelstürmer. Logischerweise als Stürmer. Und er hat gar nicht so eine schlechte Karte. Und ich könnte mir vorstellen, nichts gegen England. Ich glaube, es wird schon so ein 50-50-Ding. Aber dass Frankreich natürlich auch da weiterkommt, wenn Mbappé weiter so rasiert. Sieht relativ interessant aus. Ich finde es nach wie vor schwierig. Habe ich euch gestern schon gesagt, warum es nur ein 86er-Boost ist. Liegt natürlich da auch daran. Ich meine, er hat einen 84er-TOTW. Wir gehen da gleich mal detaillierter rein bei Footbin. Angeschnittener Schuss bringt er mit. Und die Frage, schließt man ihn ab oder eben nicht. Also, Bundesliga-Link, Frankreich-Link ist da. Und dann haben wir den Linksverteidiger, Luke Shaw. Ebenfalls zwei Segmente. Aber nein, er ist nicht gleich teuer. Sondern er fängt mit einem 84er-Grader-Squad an und einem 85er. Also ist leicht teurer. Interessant, da habe ich direkt dran gedacht, an den Premier League-Boost, der da wieder am Start ist. Also, ich habe es gestern euch gesagt, ich würde es richtig finden, wenn sie beide Karten gleich teuer machen würden. Wir gucken uns gleich mal die Boosts von Shaw und Thuram an. Wenn wir uns jetzt hier schon mal anschauen, schauen. Drei Sterne, drei Sterne, Mittel, 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 1,81. Typischer Linksverteidiger. Und da müssen wir auch wieder über die Alternativen nachdenken. Tja, ich weiß nicht. Er schreit auch nicht bei mir jetzt. Oh, den muss ich auf jeden Fall in meinem Squad haben. Also es wird sehr, sehr interessant. Luke Shaw und Thuram, wie gesagt, heute als Showdown. S, B, C, draußen. Gehen wir kurz zu den Zielen, denn da ist auch was Neues am Start. Und jetzt auch ein neuer Loading-Screen, falls ihr noch nicht gesehen habt. Ich zeige ihn euch gleich. Also, Silverstar Williams kommt mit einer Story-Karte um die Ecke. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, sehen wir hoch, hoche Arbeitsraten. Wir sehen Nottingham Forest, Premier League-Spieler, der nächste, also da am Start. Und dazu, ja, quasi passend, die Silber-Experten kennen wir auch, altbekannt und das seltene Mega-Pack als Gruppen-Reward. Also, falls ihr da Lust drauf haben solltet, ist zwei Wochen jetzt hier da. Und eine Woche die Silverstar-Geschichte. Rechtsverteidiger, Premier League, eine Silverstar-Karte mit Williams. Also, das einmal dazu. Gehen wir kurz in den Shop. Da ist, soweit ich es gesehen habe, nichts Neues. Wir gehen nochmal rein. Pro-Packs. Nein, können wir alles links liegen lassen. Nichts Besonderes da. Preview-Pack können wir schon noch mitnehmen. Why not? Und, ja, Freitag geht es los. Ich habe es eben schon erwähnt. Und zwar, die World Cup-Phänomene kommen da raus. Was hat es damit auf sich? Ganz einfach, es sind U24, also unter 24 Spieler, die eben am Start sind während der Weltmeisterschaft. Und eben, so gesagte, Phänomene sind. Gehen wir kurz in das Gold-Spieler-Pack in klein. Ich sage euch, oder ich habe euch gesagt, die Duplikate, sieben Stück waren es. Die können wir jetzt wieder reinpacken in den Verein. Und dann gucken wir uns mal detaillierter an, was sonst noch so am Start ist. Also, leider keine Story-Karte hier aus diesem Pack. Haben wir wieder. Oh, 83er und 82er, gar nicht so schlecht. Aldassari ist der Pick. Ein bisschen was an Futter ist dann doch am Start. Also, gar nicht so schlecht. Komplett tradable das Set, wie gesagt. So, und wie gesagt, nehme ich euch jetzt hier einmal mit. Und zwar auf diesen Screen. Denn da war den Loading-Screen am Start. Denn es geht weiter. Wir haben uns alle gefragt, was ist da los? Ich habe eben ein Screenshot gemacht. Was ist da los? Warum ist das Icon-Team oder die World Cup-Icons, die aktuell im Pack sind, so klein? Ja, und hier ist die Antwort. In zwei Tagen am Freitag geht es weiter. Weitere World Cup-Icons werden rauskommen. Einer mit 88 Pace, 90 Dev, ein Italiener, 92er und Brasilien, 95 Dribbling. Ihr wisst, wonach das Ganze schreit. Sieht sehr, sehr interessant aus. Der auf jeden Fall neu. Der Loading-Screen. Dann gehen wir rüber zu Footbin. Und da seht ihr es schon, en masse sehr, sehr überfüllt. Ihr habt es auch im Eclipse-Channel natürlich gesehen. Hier ziehe ich unter anderem. Und auch im Bergwind sind übrigens jetzt geupgradet. Das kurz für euch als Info, falls ihr noch nicht mitgekommen habt. Und eben jetzt hier auch die Wants-to-Watch-Karten und die neuen Pass-to-Glory-Karten, die eben ins Viertelfinale eingezogen sind. Ich würde sagen, die gucken uns detailliert, weil es jetzt einfach das Video sprengen würde, morgen Mittag in einem separaten Video an. Falls ihr das also auch sehen wollt, lasst kostenlos ein Abo da. Zerstört den Like-Button, da weiß ich, dass ihr auf jeden Fall das Video sehen wollt. So, Thuram und Sean, die gucken uns auf jeden Fall an. Da bin ich mal gespannt auf das jeweilige Upgrade. Und da haben wir jetzt 60 zu 40 im Endeffekt bei Markus Thuram. Und 50-50 bei Sean. Wie gesagt, Thuram 83er ist eigentlich easy. Und eigentlich reden wir dann hier nur über den 85er Grades in Squad. Was ich halt auch gut finde, dass halt hier keine weiteren Special-Karten nötig sind. Jetzt bin ich aber mal gespannt auf das Upgrade. Also, er hat halt eben keine 4-4, sondern 4 Sterne, 3 Sterne. Okay, also was, ich weiß nicht, ob ihr das gerade seht. Was mich hier gerade massiv anschreit, guckt euch das mal an. Plus 19 auf Balance. Also, da reden wir natürlich über einen Boost, der anders wild ist. Also, das ist, das können wir definitiv nicht wegdiskutieren. Bei dem 1,92 Körpergroßen mit 19 plus 19 auf Balance noch nicht geupgradete Karte. Interessant. Deshalb könnte ich mir vorstellen, unter anderem hier der etwas positivere Boost. So, bei Sean war das Ding, er hat kein Zwischen-TOTW. Das Upgrade müsste also jetzt heftiger aussehen. Sieht dementsprechend auch aus. Okay, interessant. Aber hier habe ich euch gesagt, es sind halt die Alternativen. Und was da jetzt halt alles noch kommt. Wir können mal beispielsweise jetzt hier bei Luke Sean mal schauen. Okay, wir haben Cancelo. Ake kann auch Linksverteidiger spielen. Wir haben jetzt Sean. Stand jetzt noch nicht so viel an Alternativen auf der linken Seite. Und Markus Thüram. Offensive, Stürmer. Ihr müsst es im Endeffekt für euch jetzt selber entscheiden. Ich würde jetzt hier aus dem Bauch heraus, ja, entweder macht ihr ihn lengthy. Oder ich würde sagen, okay, komm, Dead Eye drauf, Schuss, ordentlich boosten, Pass drauf und Abfahrt das Ganze. Aber, die Frage der Fragen, schließe ich ihn ab? Also, ich sage es ganz ehrlich, wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde wahrscheinlich auf den Thüram gehen. Und wie gesagt, dann Revival 85er. Ist, glaube ich, besser vom Gefühl her preislich. Auf jeden Fall als gestern die Acuna und Dede Pai Squad Building Challenge. Vom jetzt ersten Gefühl her. Ja, aber ich lasse mich da gerne von euch überzeugen, wenn ihr anderer Meinung seid. Lasst mich das mal sehr, sehr gerne wissen, was jetzt euer erster Eindruck ist von der neuen Showdown SBC. Ja, und ich habe euch gesagt, falls ihr keine Leaks sehen wollt, jetzt kurz wegschalten. Denn, wir gehen jetzt mal rein in die Leaks. Ich habe es euch gesagt, wir haben am Freitag die nächste Promo am Start. Und zwar die World Cup Phänomene. Unter anderem am Start eben ein David. Es geht darum, um U24-Spieler. Also, Leute, die in der Weltmeisterschaft am Start sind und eben günstiger als 24, nicht günstiger als 24, sondern jünger als 24 sind. David natürlich von Kanada einer. Er wird als Objective-Karte, wie ihr sehen könnt, hier einmal kommen. Weiter geht's mit einem Yo. Ihr seht es richtig. Übrigens, die Stats sind alle predicted. Nicht 100% confirmed. Aber die Spiele an sich sind 100% confirmed. Hakimi wird als Rechthorter der gekommen. Wie geil ist das denn bitte? Geisteskrank. 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 Dann geht's weiter. Genauso geisteskrank. Martinez. Er wird rauskommen. Bei ihm denke ich mir immer so, der muss eigentlich über 30 sein. Nein. Der ist noch relativ jung. Und vom Gefühl her, keine Ahnung. Der sieht immer für mich immer so ein bisschen älter aus, als er ist. Wahnsinn, dass er noch so jung ist. Dann haben wir Kamarwinka am Start. Für mich übrigens Musiala ein Must-Have. Also, wenn Musiala bei dieser Probe keine Karte bekommt, dann bin ich hier komplett raus. Kamarwinka. Frankreich-Link. Real Madrid-Link. Mega. Und wenn er solche Stats kriegt, die so oder so ähnlich aussehen, dann muss ich hier aber ganz dringend los. Dann haben wir Koundé am Start. 88er graded. Der nächste Innenverteidiger. Der nächste Franzose. EA. Und Top-Innenverteidiger ist so. Die lieben sich auf jeden Fall. Also, da können wir einiges noch erwarten. Pedri neben Musiala für mich ein Muss. Er ist confirmed. Er wird kommen. Bin ich mal gespannt, wie seine Stats dann finale aussehen. Weiter. Weiter. Außerdem auch bestätigt. Eine Rafael Liao. Definitiv auch. Mehr als verdient. 100% klar, dass der kommt. Rodrigo. Ebenfalls mega. Freue ich mich drauf. Also, richtig geile Promo. Es erinnert so ein bisschen an die Future Stars, finde ich. Jetzt so ein bisschen gemixt mit World Cup. Das Kartendesign ist mal wieder eine 10 von 10. Müssen wir sagen, wie es ist. Und vielleicht hat er es mitbekommen. Wir haben es schon heute Mittag oder heute Morgen, je nachdem, auf dem Clipschannel released. Militao. Unter anderem schon gestern released worden. Und auch ein Bellingham von BVB. Also, Freunde. Die Frage ist, wann wird es endlich bestätigt, dass Musiala kommt? Wir warten drauf. Ich bin sehr gespannt, wann es der Fall sein wird. Und ich hoffe, er wird auf jeden Fall in die Promo reinkommen. Ja, was ich hoffe, dass euch das Video jetzt auch gefallen hat. Das ist also der heutige 19 Uhr-Content. Seid gerne auch morgen wieder mit am Start. Wenn wir uns dann die Path to Glory, aber auch die World to Watch Upgrades mal etwas detaillierter genauer anschauen. Falls ihr jetzt noch die anderen Path to Glory Absatz sehen wollt, dann könnt ihr jetzt hier unten klicken. Oder zum neuen Video einmal hier auf dieser Seite. Also, ihr könnt entscheiden, wir sehen uns hier wieder. Und in diesem Sinne, euch einen entspannten Tag, entspannten Abend. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, ciao.